welcome back zum athletes room podcast heute nicht wundern heute müssen wir leider auf his food verzichten er ist absolut in der gameweek drin und deswegen haben wir es nicht geschafft zeitlich mit unserem heutigen guest eine überschneidung zu finden aber wir freuen uns trotzdem dass er sie heute die zeit gefunden hat vielen vielen dank dass heute da bist sehr gerne hallo genau vielleicht kannst du mal am anfang in zwei drei sätzen erzählen was machst du und wer bist du so mein name ist er sie wie du schon gesagt hast normalerweise heiße ich erzin das aus dem türkischen kommt aber ich glaube in deutschland schwierig das mit dem er schon spiel fußball bin aktuell unter and bei antalya sport unter vertrag unter vertrag ja perfekt das ist schon mal ein sehr gutes intro ich glaube einige von euch werden ihn auf jeden fall kennen die aus hamburg kommen da du ja da auch einen großteil deiner zeit verbracht hast aber da steigen wir später noch mal ein bisschen weiter rein vorab unsere erste kategorie heißt immer pullen back the curtain das bedeutet wir wollen hinter die geschichte von von unserem gast schauen und da geht es darum dass ich eine headline vorlese aus der zeitung und du nimmst einfach mal bezug verlierst ein paar wörter über die headline was hat die geschichte eigentlich zu bedeuten und dann haben wir direkt einen kleinen icebreaker zum anfangs genau der erste artikel kommt aus der mopo und die headline ist vom 12 12 1 22 zwei ex st paulianer schritt zurück für den weg nach vorn kannst du dir schon vorstellen worum es da gehen wird ja ja tatsächlich weiß ich was das ist ich glaube das ist die oder das ist der artikel von john christian wir haben uns in derselben zeit also im winter zu dem selben verein ausleihen lassen und ich denke das war darüber dass wir da dann zusammen zu dort recht gegangen sind und da denn jetzt das letzte halbe jahr gespielt haben auf leihbasis sehr spannend wie ist das grundsätzlich ihr kanntet euch ja vorher schon wie ist da eure connection also hattet ihr vorher schon sehr viele berührungspunkte oder seid ihr da noch so ein bisschen bisschen mehr zusammengewachsen tatsächlich bin ich mit den contes sehr gut auch mit dem älteren bruder christian ich kenne die schon sehr sehr lange du meinst mit sissi ja mit sissi und christian also mit beiden bin ich sehr sehr gut ich habe mit beiden zusammen gespielt ich habe privat auch sehr viel mit denen zu tun so gute jungs mit denen ich sehr gut verstehe tatsächlich haben wir auch den selben berater christian und ich weshalb wir schon im vorhinein wussten okay wir beide werden eine leihe machen und wir hatten das angebot halt von dort recht vorliegen und für uns beide war das denn so dass wenn wir den schritt dahin machen dass wir das gemeinsam machen dass wir auf jeden fall direkt dann an eine bezugsperson haben und das hat ganz gut geklappt also er war eine woche vor mir da weil ich dann noch corona hatte nach silvestre hatte ich corona und dann war ja schon eine woche vorher da so dass ich auch fragen konnte wie ist es da lohnt sich das zu kommen macht das spaß und dann meinte ja alles gut komm dann haben wir da ein halbes jahr echt zusammengespielt hat echt spaß gemacht sehr schön denkst du dass das hat dir grundsätzlich du hast ja schon ein bisschen angerissen den den einstieg eigentlich zu dort recht vereinfacht also dass du grundsätzlich dort auch dich besser zurechtgefunden hast auf jeden fall also wir hatten da noch ein oder zwei deutschsprachige spieler aber der rest waren halt holländer italiener spanier dort ist alles aber du musst es halt also wenn christian nicht dagewesen wäre hättest du meistens englisch geredet was ich jetzt auch gemacht habe so aber wir kannten uns halt schon weiß ich nicht vier fünf jahre weshalb ist halt viel einfacher für uns beide war wir waren dann die erste zeit auch gemeinsam und im hotel haben 24 sieben aufeinander gehackt so und dann hatten wir beide dann die wohnung bekommen und dann kann meine freundin auch nach und so aber trotzdem hatte man dann die bezugspersonen und war echt cool also es war eine schöne zeit das letzte halbe jahr auf jeden fall sehr sehr cool ich würde sagen das war schon sehr sehr guter einstieg ihr werdet auf jeden fall später noch mal für die zuhörer einiges mehr über deine aktuelle situation wo du gespielt hast und auch wie es vielleicht in zukunft weitergeht erfahren aber lass uns zum anfang springen das ist uns auch immer sehr sehr wichtig im athletes room dass du viel mehr von deiner deiner story auch erzählen kannst weil häufig sieht man immer nur ein bisschen was an der oberfläche passiert aber gar nicht was hinter der person ist und und was auch vielleicht struggles herausforderungen und allem drum und dran auf dem weg dahin waren nimm uns mal mit wo fing alles an also wirklich der allererste verein wo du gespielt hast das wäre mega spannend also wir haben schon wilde sachen gehört von tsv wansetal über tsv hohenhorst und was weiß ich deswegen teile das doch gerne tatsächlich habe ich also meine eltern kommen aus lübeck ich bin in lübeck geboren vorab so und dann habe ich türkische sv heißer verein da habe ich tatsächlich angefangen weil mein vater da gespielt hat mit seinen alten kollegen das ist halt ein türkischer verein und da habe ich dann irgendwann weiß ich nicht mit sechs fünf oder so angefangen aber dann auch nur ein jahr dann bin ich weiter zu einem etwas größeren verein der hieß denn sc rapid lübeck da habe ich ein jahr gespielt und dann bin ich 2007 oder so also mit acht oder neun jahren bin ich dann zu zu vfb lübeck gewechselt das war dann der größte verein in lübeck aber das war ja schon relativ früh oder also es ist ja denke ich mal also nur mal als beispiel ich nehme es immer so ein bisschen als referenz wert unsere bisherigen gäste als beispiel christian ist ja sehr sehr spät erst ins nlzeit gekommen genau kurze frage noch vorab auch von von deinem background her du hattest ja auch schon leicht angerissen türkische wurzeln bist du eigentlich auch in lübeck geboren oder bist du noch in der türkei geboren ja tatsächlich also ich bin die erste generation die in deutschland geboren ist meine eltern kam irgendwann rüber und ich meine schwester und ich sind dann die erste generation gewesen die hier dann geboren sind aufgewachsen zur schule gegangen kindergarten alles mitgenommen und ja dann bin ich halt zu lübeck gewechselt wie schon gesagt habe und das ist auch kein nlz also du meinst ja nlz die haben leider kein nlz aber da habe ich auch wie gesagt das war die größte stadt in lübeck der größte verein in lübeck und für mich war es dann halt lübeck oder kiel aber kiel war eine stunde weiter weg weshalb ich gesagt habe ich will erst also ich bleibe in lübeck sowieso erst mal da habe ich in rapid da habe ich eine gute saison gespielt oder war auffällig weshalb denn lübeck gesagt hat ja komm zu uns da habe ich dann bis zu 16 oder u15 gespielt also ziemlich lange sogar ja du bist vielleicht kannst du das noch ein bisschen mehr ausführen du bist da hingekommen und war dir eigentlich schon so bewusst dass es so ein bisschen ernster wird weil mit acht weiß ich nicht da nimmt man es wahrscheinlich noch nicht so wahr man ja eigentlich nur aus spaß fußball spielen was für dich schon bewusst dass es irgendwie zukünftig da auch immer ein bisschen ernster werden kann oder war es einfach du wolltest die nächste herausforderung haben safe also ich hatte schon immer den willen fußball profi zu werden das wäre schon immer mein kopf selbst als ich da angefangen habe beim türkischen sv dabei rapid hatte ich auch immer das gefühl dass ich so ein tick weiter war als alle anderen und dann hatte ich immer bock auf fußball weil mein vater auch selber gespielt habe gespielt hat und dann war ich immer bei den spielen und habe nebenan immer gekickt und in halbzeit pausen aus tor geschossen nach dem spiel mal gekickt also mein ziel war es immer fußball profi zu sein oder zu werden und ich hatte auch nichts anderes im kopf ehrlich zu sein so meine mutter meinte immer schule 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 ich meinte immer nur fußball 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 am ende hat es ja geklappt so ich bin ja auch noch ich bin ja nicht der älteste ich bin so gerade mittendrin es fängt so langsam an und dann als ich dann zu lübeck kam wurde es auf jeden fall ernster da ist alles so professioneller gewesen auch wenn das keine nlz war hatten die auf jeden fall bessere spiele als die vereine vorher was war so wo du dich erinnerst vielleicht auch was war so eine der höchsten liegen wo du mal in berührung gekommen bist woher mal dann die ersten spiele gegen gegen andere nlz gemacht hast war das dann erst so in der in der c jugend oder ja also du hattest halt die turniere immer so auch früher schon so in der u14 u13 u12 u10 hat so halt immer die turniere da haben wir gegen vereine gespielt aus ganz deutschland hertha san pauli hsv bayern alles mögliche war immer dabei das sind so die großen hallen turniere gewesen oder sommer turniere oder so wo du immer gegen die größeren gespielt hast wo du dich auch empfohlen konntest aber da war immer so ich wollte nicht so früh weg und ich hatte tatsächlich auch da noch gar nicht die möglichkeiten eventuell weg zu weg also weg zu gehen dann kam irgendwann auch der stützpunkt dazu und auswahlmannschaften von schleswig holstein daran kann es sind auch sehr sehr schöne zeiten gewesen wo ich da tatsächlich auch so mit ein zwei anderen die einzigen lübecker waren so wir hatten ein torwart aus lübeck und dann war ich da und die anderen haben alle bei kiel gespielt also das war sehr sehr wild und und holstein kiel zählte da auch schon immer als nlz ja kiel war nlz tatsächlich und die waren dann so dass die auch dann wollten weil ich dann der einzige lübecker war die wollten halt dass den lübecker wollten den auch noch haben aber das habe ich nie gemacht aus unterschiedlichen gründen wo ich habe mich einfach so ich dachte bei lübeck bleibe ich erst mal und dann hat man die auswahlmannschaften gespielt immer dabei gewesen und dann ich glaube du kennst es dann auch so mit den landesauswalturnieren in duisburg und so das man echt coole zeiten woran ich mich gerne zurück erinnere absolut das vor allem echt besonders auch schon im jungen alter wie viel dichte sag ich mal an qualität dort auch ist also jedes spiel ist ja jetzt irgendwie besonders ob du jetzt gegen bayern spielst ich sag mal nieder wie ist das niedersachsen hat immer eine besondere auswahl rheinland-pfalz also da sind ja wirklich immer starke truppen wie war das für dich in schließlich holstein ich sag mal tendenziell eher schwächere truppe ja wir waren auf jeden fall immer die underdogs wir waren halt nur kiel und nur lübeck die anderen hatten denn also kiel war damals nicht mehr in der zweiten bundesliga die waren damals da haben die in der regionalliga und dritte liga so umgehampelt so was war nichts großes so mittlerweile ist kiel so gestanden hat zweitliga verein aber damals haben wir halt gegen die großen gespielt wir waren immer die underdogs und uns hat zu keiner ernst genommen und unsere unser jahrgang kann ich mich gut daran erinnern waren sehr sehr viele spieler die dann auch danach weggegangen sind weil wir so erfolgreich waren ich glaube so von der ersten elf sind locker acht sieben denn in bessere nlz gewechselt sei es glattbach mainz wolfsburg werder ich bin zu san paulie einige sind zum hsv also da sind schon einige dann weggekommen weil wir dann so erfolgreich waren gibt es da einige mit denen du auch noch kontakt hast und die ist jetzt auch heute ins ins profigeschäft sozusagen ja diesen nächsten schritt geschafft haben also aus schleswig-holstein aus weil damals weiß ich dass jannis voll hat bei halle spielt also das ist drittliga da hat er sich aber etabliert mittlerweile ist stammspieler und sonst weiß ich gar nicht also spontan fällt mir keine ein aber ich habe trotzdem mit anderen zum beispiel kontakt tom baller zum beispiel der hat ganz früh damals zu glattbach gewechselt war dann bei hannover hatte daran profi vertrag hat aber nie den schritt geschafft und dann hat er sich irgendwann hat er irgendwann gesagt ja ich will lieber einen anderen weg einschlagen mit studium und so ich bin auch sein trauzeuger jetzt da heirateten nächsten monat also wir sind echt enge kollegen immer geblieben und ja das sind so geschichten woran man sich echt gerne zurück erinnert auf jeden fall das kann ich mir sehr gut vorstellen auf diesen ganzen auswärts warten ist wahrscheinlich auch immer viele lustige stories passiert aber lass uns noch mal kurz zum zum vfb zurückspringen du bist dann relativ früh zum vfb gekommen und dann bist du wirklich bis zur u16 gradlinig eigentlich durchgegangen oder würdest du uns da auch vielleicht noch mal ein paar mehr ins sets geben gab es für dich paar herausforderungen in dem alter da macht man ja auch viel körperliche veränderungen wachstum und allem drum und dran hattest du da irgendwelche erlebnisse wo du sagen würdest das war wirklich meine meine größten struggles auf diesem weg bei lübeck noch nicht also gar nicht das war total unbeschwert da nicht komplett durchmarschiert immer ein teil der mannschaft gewesen auch immer gespielt und mit der auswahl also meine also ich kann erinnere mich mehr an die auswahlzeiten als die zeiten in lübeck muss ich ehrlich sagen weil du da halt mehr noch mehr qualität drin hattest noch geilere sachen erlebt hast und dann kam der schritt dann irgendwann zusammen pauli und das war auch hauptsächlich nur weil ich in der auswahl gespielt habe die turniere in duisburg mein größter größtes erfolg war damals dann lehrgang 16 mit der deutschen nationalmannschaft so wo ich dann das erste mal bei der nationalmannschaft war das war so mein größtes erfolg wodurch ich dann die angebote und die optionen hatte überhaupt dann ist man so ein bisschen auf der karte so für alle scouts genau genau und da ich nur von lübeck kam war es dann halt interessant da haben die vereine dann geschaut weil es selten wechsel gibt von nlz zu nlz so wie zum beispiel köln zu dortmund oder dortmund weiß ich nicht zu anderen ruhrpott vereint weil die da schon was also die nlz ist schon sehr gut die grundvoraussetzung verändert sich ja nicht komplett genau und bei beck bei vereinen wie lübeck kiel oder kleineren mannschaften ist der schritt schon sehr wichtig damit du halt den nächsten step machst und weshalb ich dann mich halt auch für pauli dann entschieden habe so und vorher weiß ich nicht also ist schon ganz cool gewesen die zeiten wie gesagt in auswahl waren überragend auch eine coole story mein kleiner cousin ist gerade im ersten duisburg turnier dabei und der hat denselben trainer zum beispiel genau wie ich den hatte den björn redel und er ist jetzt in duisburg gewesen oder bad blankenburg eins von beiden und er hat mir jetzt auch erzählt das und das er hat auch von den 98 jahren erzählt absoluten also ich spiele auch bei lübeck gerade mein cousin ist schon cool so dass man dass er das erlebt was ich schon erlebt habe so ist schon richtig cool was denkst du was kannst du immer noch so ein bisschen auch an erfahrung mit geben auch vor allem vor solchen turnieren ich glaube wichtig ist einfach fußball spielen also bock haben das wirklich nicht so ein druck als druck ansehen sondern wirklich frei aufspielen weil bei uns war das immer so beziehungsweise bei mir ich habe wollte dann unbedingt und weil wir halt gegen diese bessere mannschaften gespielt haben und dann wollte man sich unbedingt zeigen aber im nachhinein würde ich mir selber so als tippsing sagen so okay das sind auch nur jung spiele einfach dein ding so runter man war schon in der zeit echt nervös so bevor man zusammen pauli gewechselt ist weil man halt ging das waren schon super spieler gegen die du gespielt hast und du warst eigentlich nicht schlecht aber du hast gedacht du wärst schlechter weil du nur bei lübeck gespielt hast und nicht bei köln dortmund hsv san paulio oder so du hast nur bei lübeck gespielt deswegen dachte du bist nicht so gut wie die ich kenne das auch noch viel zu gut also dieses man verkrampft auch so ein bisschen weil man es wirklich einerseits unbedingt also beweisen will dass man es kann und weil man auch so ein bisschen respekt hat man sieht dann die jungs irgendwie wie sie da ankommen und haben dann schon die krassesten schuhe weil sie schon früh irgendwelche verträge haben und man denkt erst mal okay ich bin erst mal nur der der kleine junge aus lübeck ja auf jeden fall ja sehr sehr spannend du hast ja eben schon ein bisschen angerissen für dich kam ja dann nachdem du bei der u16 beim dfb lehrgang sah und lehrgang warst kam der nächste schritt wie ist so die entscheidung gewesen also hattest du viele angebote nimm uns vielleicht noch mal beim lehrgang mit als du dann da warst wie aufgeregt warst du und und wie verlief die zeit danach ich war sehr aufgeregt dass der lehrgang war in leipzig dann kann ich mich gut erinnern und dem zug richtung leipzig gefahren dann auch mit zum beispiel tom baller war im lehrgang dabei mit dem bin ich dann rüber gefahren wir wurden dann am hauptbahnhof abgeholt und so es war schon sehr es war komplett was anderes als was du vorher also was vorher normal für dich war so das war schon top top und dann habe ich das spieler andere spieler wieder kennengelernt so jetzt auch ja so einige sind natürlich profis geworden andere wiederum nicht und ja es war cool gibt es paar die sehr bekannt sind oder würdest du sagen alle auch so tendenziell zweite dritte liga in dem lehrgang tatsächlich keiner also der bekannteste ist hat kein fußballer aber den kennt man dieser sidney friede der war in diesem jahrgang dabei niklas wilson die beiden waren in dem jahrgang dabei in leipzig daran kann ich mich erinnern das waren die auch 98er jahre genau die sind mein jahrgang und die waren dabei die sind nicht durch fußball so erfolgreich also die sind schon relativ bekannt also jetzt nicht durch fußball also niklas ja der spielt ja genau die anderen nicht so aber an die kann ich mich besonders so gut erinnern weil sidney in der zeit ja auch sehr sehr gut war auch was er was er gemacht hat er war zu dem glaube ich zeitpunkt bei hertha bsc oder genau und da waren so eher die nord nord ost mannschaften und die waren ja eh immer nicht so die besten mannschaften sage ich mal so süd west west war ja schon das sind die vereine gewesen wo die krassen spieler gewesen sind so 98 jahre 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 zum beispiel der ist ja jetzt bei dortmund und so das ist mein jahrgang gewesen niklas dorsch und so das waren dann die top spieler und ja aber trotzdem mega interessant man hat kennt die jungs so vom sehen trainieren aber es ist ich würde jetzt gar nicht sagen dass es ein enger kontakt war aber man man kann sich an die zeit erinnern und weiß was die jetzt so machen guckt ja auch immer ab und zu ist schon ganz interessant so was man für menschen kennengelernt hat auf jeden fall sehr cool und dann hast du den den lehrgang absolviert und dann ging es eigentlich schon relativ schnell los beziehungsweise welcher zeitpunkt der saison war das weil muss man ja wahrscheinlich auch immer noch berücksichtigen wann die angebote und allem drum und dran reingehen ja also es war richtung sommer dann und mir war klar dass ich auf jeden fall den nächsten schritt machen will konkrete angebote wo ich mich mir das auch angeguckt habe war der hsv in san pauli es waren andere angebote auch so interessenten sage ich mal wo ich aber von anfang gesagt habe ich will das gar nicht gar nicht so weit weg weil lübeck hamburg ist eine super entfernung ich würde gerne ich würde einfach nicht so weit weg wollen so ich würde gerne trotzdem in ein internat aber ich würde nicht so weit weg wollen dann habe ich mir als erstes hsv angeguckt wo ich also petro kannte man ja auch der gerade neben mir sitzt kannte man ja auch sehr für die zuhörer ist wichtig wir haben hier gerade noch einen weiteren gast im raum aber genau das ist auch ein enger freund mittlerweile von mir gewesen der hat ja auch sehr sehr lange fußball gespielt auch beim hsv und den kannte man da und da habe ich den zum beispiel das erste mal so kennengelernt und eigentlich war das schon eine beschlossene sache weil ich dachte okay ich will zum hsv dass das wird gut so und dann war ich auch habe ich hatte ich das angebot vorliegen und so für mich war das okay ich wechsle zum hsv im sommer und letzten moment kam der san pauli der fc san pauli und die haben mir ein besseres gefühl gegeben einfach vom gesamtpaket her weshalb ich am ende mich so kurzfristig umentschieden habe gesagt habe ich will lieber das machen und dann bin ich halt zu 17 nach hamburg gezogen ins jugendtalenthaus heißt das und da habe ich dann die meiste zeit meiner jugend gelebt sage ich mal sehr cool vielleicht noch eine frage zur zur entscheidung hsv oder st pauli ich habe tatsächlich auch beide vereine miterleben dürfen wie war das für dich also hsv finde ich wirkte vom auftritt natürlich immer irgendwie noch mal so ein bisschen glamouröser ein bisschen größer hat dich das dann am ende auch noch mal ein bisschen abgeschreckt als als jemand der jetzt nicht aus dieser ich sag mal high society welt erstmal vom vfb lübeck kam dass du sagst okay irgendwie die nähe bei st pauli ich fühle mich da mehr aufgehoben absolut also für mich war ein wichtiger punkt einfach dieses familiäre was bei st pauli an erster stelle steht das hat mich am meisten überzeugt beim hsv was halt so sehr sehr viel leistungsbezogen was gar nicht unbedingt schlechter ist aber für mich ist dieser punkt wohl so dass du dich wohl fühlst dass es familiär ist wichtiger so und deswegen habe ich mich für den fc san pauli entschieden und am ende war es dann auch die richtige entscheidung denke ich so weil ich dann den schritt halt u17 war ich immer habe ich immer gespielt u19 junger jahrgang habe ich immer gespielt u19 war ich sogar kapitän so für mich war das ein perfekter schritt so und ich habe den bis heute nicht einmal bereut dass ich nicht zum hsv gegangen bin und dann bin ich zu 23 habe ich glaube ich drei vier monate gespielt und dann durfte ich regelmäßig bei den profis mit trainieren habe dann meinen ersten profis vertrag auch unterschrieben mein debüt gegeben im ersten herren jahr zwei spiele gemacht so und dann war es für mich sowieso es ging nur bergauf bis dahin kurz weil du du bist jetzt schon relativ schnell gesprungen dass das thema auf den direkt zum profis ja ich sag mal u16 u17 u19 natürlich unterscheidet es sich da weil irgendwie alle werden noch mal körperlicher ein bisschen stärker auch das erste jahr in der u19 ist ja immer meistens so ein bisschen wenn man mit dem älteren jahrgang zusammenspielt bisschen schwierig sich dazu zu platzieren hast du da auch direkt von anfang angespielt ja da war ich auch eigentlich immer stammspieler ich hatte damit keine probleme ich hatte auch einen trainer der voll auf mich stand so muss ich auch ehrlich sagen was auch heute immer noch ein wichtiger punkt ist dass der trainer auf dich steht 100 prozent und ja es war cool also ich hatte eine super zeit wir haben in der liga war es jetzt nicht haben wir um die goldene ananas gespielt es war jetzt nicht dass wir irgendwie so meisterschaft gegangen gefahren sind um den ersten platz gespielt haben wir haben waren immer mittelfeld sage ich mal im pokal waren wir aber tatsächlich immer erfolgreich kann jetzt u17 habe ich den hamburger pokal gewonnen 19 auch zweimal also hsv haben wir irgendwie in der liga immer verloren aber im pokal haben wir die immer raus geschossen dass man damals um die wirklich wichtigen dinge ging genau und also eine coole sache woran ich mich bis heute erinner so als ich dann als alter jahrgang als kapitän in der u19 den pokal im elfmeterschießen gegen hsv das war schon richtig geil oder in der u17 auch im elfmeterschießen haben wir auch gegen hsv gewonnen das sind so zwei sachen woran ich mich sehr sehr gerne zurück erinnere so was hat allgemein so dass das derby für dich bedeutet weil du hast ja wenn du in der u16 schon angefangen hast in hamburg bei st paulie zu spielen dann hast ja grundsätzlich schon ja einige derbys wahrscheinlich miterleben dürfen ja safe was 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 hat es grundsätzlich dieses spiel immer für dich bedeutet ja für mich also wenn du jetzt ich kriege jetzt schon so gänsehaut wenn ich darüber nachdenke also ich habe ja auch tatsächlich im profibereich auch schon derby mit erleben dürfen so im ersten darfst du darfst du gerne gleich noch ein bisschen ja aber spring kurz noch machen wir ja in der jugend war schon sehr also wäre es das krass also wir hatten immer wir waren besonders heiß immer gegen den hsv zu spielen weil wir denen das dann auch beweisen wollten weil es für uns immer so diese ich habe viele freunde beim hsv aber ich sage es trotzdem so für uns waren das so die arroganten die hochnäsigen die von der so weißt du uns war das immer so hast du die wollen unbedingt schlagen die wollen unbedingt ärgern die waren auch wenn du so einzelspieler nimmst waren da bessere spieler 100 pro aber so als team wo haben mussten die überzeugung das haben wir auch immer die waren immer umkämpft geile spiele gehabt es war jetzt nie so dass die uns weggeklatscht haben oder dass wir die weggeklatscht haben so drei vier null es war immer auf augenhöhe die spiele wie es auch bis heute eigentlich immer war so im derby ist das immer immer sehr sehr umkämpft und derby ist was anderes das ist nicht so wie wie wenn du weiß ich nicht gegen osnabrück gespielt hast oder sonst irgendeine mannschaft selbst vor allem da hat man ja häufig dann auf die tabelle geguckt also selbst wenn man es verneinen würde jeder hat das gemacht man hat dann gesehen okay vorletzter heute kann ich mal gang ein bisschen zurückschalten so ne ja tatsächlich würde jetzt nicht sagen dass das meine mentalität ich weiß was du meinst ich weiß was du meinst aber ich wollte so wie also ich ich bin einer der ich ich hasse es zu verlieren du kannst meine freunde fragen wenn ich selbst bei uno oder bei fußballtennis mit den jungen spielen ich könnte ich werde ein richtiges arschloch wenn ich verliere und hinten liege denn ich will gewinnen das ist schon immer so meine mentalität gewesen und gegen den haas war natürlich umso mehr gegen die anderen vereine wie du schon gesagt hast natürlich kannst du nicht weiß ich nicht gegen havelse wenn du gegen havelse am wochenende gespielt hast ist das nicht die dieses das gleiche feuer genau das feuer das feeling was gegen haas war also das ist leider so vielleicht sollte man das nicht immer so also kann man das nicht es ist natürlich jetzt so ein bisschen überspitzt aber im direkten vergleich zum derby das derby ist dann schon ich erinnere mich dann auch immer so du bist wenn du es am wochenende gespielt hast du bist morgens aufgewacht und war schon so aufgeregt du konntest gefühlt nicht frühstücken was einfach so heiß das waren schon geile erlebnisse mega cool ein thema auf jeden fall also wenn wir später noch mal besprechen weil wir da auch ein kleines special haben thema mentalität und vorbereitung von spiel aber da bewahren wir uns noch mal kurz auf genau lass uns dann noch mal reinspringen u23 als du aus der u19 raus kamst wie war das für dich so ist es ja wirklich erstmal ein schritt du kommst aus der jugend natürlich ist man da auch schon mehr oder weniger auf papier erwachsen und dann bist du plötzlich in den herrn erstmal in der zweiten sozusagen was was waren da so die größten herausforderungen ja sich erstmal ans herren fußball zu gewöhnen so ich habe auch in der u19 mal ein zwei mal bei den profis reinschnuppern dürfen oder bei der u23 da hat man schon gemerkt das ist noch mal ein anderer schnack als u17 und 19 auf jeden fall körperlichkeit aggressivität zweikampf verhalten so das ist auf jeden fall noch mal was komplett anderes als jugendbereich so und u23 war dann tatsächlich auch so dass die ersten beiden u19 trainer die ich hatte so das war filikowski joachim filikowski supermann by the way so und der wurde in dem jahr wo ich dann zu u23 kam auch der trainer von u23 weshalb ich schon mega gutes gefühl hatte so okay der kennt mich der weiß was ich kann der steht auf mich so das wird für mich auch das wird gut so ist aber auch eine gute voraussetzung auch so ein bisschen mental wahrscheinlich absolut absolut dass du so weiß okay das ist ein trainer der dich kennt der weiß alles über dich der hat der hat mich also der hat mich damals auch zu zu pauli geholt und der kennt mich der weiß der kennt mich von a bis z so der weiß was meine schwächen sind was meine stärken sind weshalb es mir auf jeden fall auch einfacher gefallen ist da hoch zu gehen zu den herren ja und dann war ich da ein halbes jahr habe eigentlich die ersten zwei drei spiele glaube ich gar nicht gespielt wenn ich mich recht erinnere weil er dann meinte du musst dich an den herren fußball gewöhnen was dann auch vollkommen okay war irgendwann habe ich die chance bekommen habe die genutzt habe ich echt richtig gute spiele gemacht und durfte dann im winter dann auch mit zu den profis zum ins trainingslager nach spanien war das und das war dann der knackpunkt in dem trainingslager habe ich mich dann beweisen können und habe dann danach auch gesagt meinen ersten profil vertrag dann unterschrieben und dann halt meine ersten zwei spiele auch gemacht unter dem trainer kautzinski war das das war so der wirklich das ging bis dahin auch nur bergauf tatsächlich hatte bis dahin könnte kann ich nicht sagen dass ich irgendwie keine verletzungen heute heute keine verletzungen keine größeren verletzungen irgendwie nicht fünf spiel hintereinander auf der bank oder so ist war wirklich es ging immer bergauf auch da so ich habe meine ersten profis spiele gemacht mein debüt gegeben war cool und der ist dann auch geblieben ich weiß nicht soll ich weiter erzählen oder kannst sehr gerne ich glaube nur weil ich noch kurz einen kleinen kommentar dazu bringen will natürlich kann man jetzt sagen ich würde behaupten dass es in so vielen fällen wahrscheinlich egal welche geschichte man hört man hat einerseits immer diese befürworter die man auf jeden fall braucht man braucht glück insofern dass man gesund bleibt braucht man natürlich auch mal ein bisschen selber einfluss hat und dass man halt auch immer diese leistung abliefert im training damit man dann am wochenende wieder spielen kann und spricht natürlich dann auch irgendwie für dich und deine person dass du da geradlinig durchgelaufen bist unabhängig davon jetzt dass man natürlich immer etwas glück bedarf aber ist natürlich schon mal sehr sehr cool und aber auch eine tolle geschichte für dich dass das so gut funktioniert hat auf jeden fall auf jeden fall es war wirklich hatte bis dahin immer glück mit trainern mit befürwortern mit sportdirektoren mit nachwuchsleistungszentren leiter und so also alles drum und dran hat immer gepasst war immer cool und dann war es mein zweites herrnjahr der trainer war auch noch da super mitspieler also direkt die vorbereitung auch genau also nach meinem profi also nach dem winter quasi ich habe ein halbes jahr dann u23 gespielt im ersten herrnjahr und ab wintern war ich dann komplett nur oben vielleicht so an wochenenden mal für die u23 ausgeholfen wenn ich mal nicht gespielt habe oder so das war immer das war immer eigentlich so wenn ich wenig gespielt habe das gab es gar nicht dann habe ich immer bei der u23 ausgeholfen und so ging es dann bergauf und dann mein erstes jahr denn im herrnbereich war ja super so u23 viele spiele gemacht zu den profis mein debüt gegeben war top und dann ging die sommervorbereitung los ich glaube da waren wir in österreich oder schweiz war auch richtig cool war top habe dann in dem jahr meine meisten profis spiele dann gemacht für fc san paulie da habe ich glaube ich dann 17 18 20 spiele gemacht wie ist das gefühl für dich du hast das du hast ja erzählt erstes jahr hattest du schon zwei profispiele also das erste mal in milan tor warst das ist ja ja besonderes gefühl oder geisteskrank also das ist das ist ein gefühl was ich bis heute wo ich sage also milan tor zu spielen ist ein anderes gefühl und das hatte ich bis heute immer noch nicht so bei einem anderen stadien ich habe in vielen stadien gespielt würde ich sagen würde ich behaupten dieses gefühl im milan tor zu spielen ist das komplett anderes weil man auch tatsächlich ja auch selber im stadion sehr oft war um die spiele anzugucken weil ich vor allem weil du ja dann auch in der jugend schon war genau man war balljunge jetzt fällt mir gerade das spiel gegen dortmund im dfb pokal ein da war ich balljunge habe immer noch die bilder auf meinem handy wo ich da weiß nicht reuss so bilder gemacht habe wo ich meinen kopf reingestreckt hat der jugendkloppt war da noch mal trainer und so also das sind so geschichten vom balljunge dann wirklich irgendwann selber drin spielen im stadion im milan tor ist schon ganz anderes gefühl und das war auch cool ich habe das wie ist es wenn du startelf gespielt hast helz belz läuft südtribüne feuert irgendwas ab also unglaublich also wie gesagt kannst du es nicht beschreiben also gehst du da dann so im tunnel raus und denkst dir so ich gucke mir das jetzt nicht an oder stehst du dann wirklich da wenn wenn sich alle aufreihen und guckst links rechts und du kannst eigentlich gar nicht fassen so was für was für ein charakter bis bis wirklich okay scheuklappen runter ich konzentriere mich jetzt nur auf spiel ich blende alles aus oder versuchst du das auch so ein bisschen zu genießen die atmosphäre ich bin einer der jetzt auch immer noch gerne späße auch so macht so beim aufwärmen und so ich bin jetzt nicht der typ wo ich sage ich bin voll im fokus wenn es darauf ankommt wenn die pfeife dann ertönt dann ja aber ich kann bis zum letzten moment auch so ich kann es kann ich kann den schalter umlegen so das ist das ist lustig weil wir haben später noch ein special ja und dann müssen wir nämlich genau das auch noch mal auf das thema ja machen wir also meine routine war eigentlich immer bis heute auch noch so wenn ich ein laufe dann suche ich immer meine familie oder freunde die dann im stadion sind als ich dann immer eingelaufen bin oder reingekommen bin warm gemacht habe egal was habe ich immer im stadion meine familie gesucht und ich wusste dann irgendwann okay da sind die immer immer hochgeguckt gewunken und dann hatte ich immer so dieses befriedigende gefühl so wo ich gesagt habe okay jetzt kann ich so durchatmen meine familie ist da ich habe die gesehen und das ist cool für mich und das ist wie gesagt heute meine jungs waren jetzt auch in holland mal zugucken und meine freundin war immer bei heimspielen dabei selbst bei auswärtsspielen ist sie mitgekommen und irgendwann auch eine lustige story ich meinte dass sie kam dann ein zweimal dann auch zu spät oder ich habe sie nicht gesehen und dann meinte ich zu ihr du musst ein bisschen früher kommen damit ich dich vorher sehe jetzt zu dir winken kann weil das ist für mich so so was ich vorher einfach so ein ritual mäßig so wo ich gesagt habe ich brauche ich brauche jemanden wenn jemand da ist dann muss ich den sehen und muss zuwinken oder irgendeinen quatsch machen irgendwas zeigen oder sonst irgendwas weil das so für mich so dann kann ich so voll auf fußball konzentrieren und mich nervt ist so wenn freunde zu kommen und dann kommen die zu spät und vorher suche ich so und sehe die nicht dann plötzlich nervös ja also nervös würde ich nicht sagen aber ich kann dann ich weiß dann wo die sind und ich weiß die sind da das ist einfach so was mittlerweile einfach so ritual ist auf jeden fall das ist das lustig weil ich weiß gar nicht wer das war ich glaube der trainer von von köln baumgart glaube ich ja der hat das auch immer erzählt immer bevor im stadion ruft er erstmal immer noch seine frau an oder ich glaube luis hat das erzählt er hat dann immer erst mal seine mutter angerufen erst mal bevor das spiel losgeht so oder hat da oder bevor das warm-up losgeht immer noch mal dieses einfach nur gehört oder zu wissen okay da ist jetzt okay bei mir war das also beim einlaufen beim aufwärmen habe ich das immer gemacht aber so vom spiel bisher eine halbe stunden zwei stunden vorher da wenn ich dann im stadion auf dem rasen bin dann auch immer alle meine kollegen an oder freunde und zeigt ihnen das stadion aber das ist nicht immer der fall gewesen aber manchmal war es denn so dass ich gesagt habe okay heute muss ich ein besonders gutes spiel machen drückt mir die daumen oder sprechen wir noch mal die letzten gebete so und dann sowas ist auch also nicht ritual würde ich sagen aber was einem auf jeden fall kraft gibt sehr cool lass uns gleich weiter noch einsteigen in das thema wie es weiter ging in deine deinem profigeschäft ich würde jetzt ein kleines kleines special wir haben eine externe frage noch mitbekommen ja und ich bin gespannt was du dazu sagst okay erste frage an erstein wie machst du das dass du dich immer so vorm training oder vorm spiel so motivierst kannst du mir da was mit geben so witzig weil christian wir haben das letzte halbe jahr intensiv mit ihm gespielt auch vorher soll ich direkt antworten oder willst du noch mal was dazu sagen nee gerne antworte schon okay es wird auf jeden fall ich kann ich schon mal vorwarten es wird noch eine frage von ihm geben aber okay also ich habe ja schon gesagt ich bin ein spieler der 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 immer gewinnen will so und mich nervt das wenn leute denn so sich irgendwie nicht anstrengen oder dann irgendwie wenn die einen tor kassieren das so für selbstverständlich sehen ich bin so einer der ich mag harte arbeit auch wenn ich jetzt nicht vielleicht der typ in der jetzt komplett der so der drecksack im spiel ist ich bin auch einer der kicken kann so aber ich will trotzdem immer gewinnen und ich kann auch eklig sein und ich hasse es zu verlieren und mich selber motivieren brauche ich gar nicht weil ich allgemeine grundmotivation immer habe einfach immer besser werden zu wollen und immer das beste 100 prozent zu geben bei allen dingen dass ich so versuche zu machen oder das was ich mache versuche ich 100 prozent zu geben und so ist das im training so ist das bei spielen und da habe ich tatsächlich kein ritual oder so ich gehe ins training und wenn ich dann auf dem platz stehe dann ist für mich 100 prozent gas geben angesagt und nichts anderes nichts irgendwie halbe flamme oder sonst irgendwas vollgas und ja so ist das so bei mir sehr spannend ja er hatte uns nämlich dann auch so ein bisschen bezieht sich das darauf ich habe ja vorhin auch erwähnt thema so vorm spiel schalter um umstellen vielleicht kannst du darauf gleich noch mal bezüglich fand ich ganz lustig das ist meine letzte frage auch warum fokussierst du dich so komisch vorm spiel ich weiß glaube ich worauf er hinaus will also er hat mir auf jeden fall ein paar informationen gesteckt nach dem motto dass du das meintest du auch schon ja so ein bisschen dieses kurz davor es kann passieren was will sobald du auf dem platz stehst dann ist der schalter um aber vielleicht kannst du das mal ein bisschen ausführen für mich ist musik auch sehr wichtig so ich liebe es musik zu hören immer und vor spielen habe ich dann so mein mein meine playlist sage ich mal wie ich so lieder die sehr gerne höher alles mögliche sei es latino musik sei es deutsch rap oder den asozialsten deutsch rap den es gibt oder sei es irgendwie schlager oder sowas ist wirklich alles dabei und der christian hat auch sicherlich sehr viele videos von mir wie ich dann vor dem spiel denn irgendwie tanze oder sowas und ich bin nicht der beste tänzer so ist nicht hans so schlecht aber wenn die richtige musik läuft und das lockt also ist für mich so ich komme runter ich bin so locker drauf das entspannt mich einfach so wenn ich dann so mit christian gerade ist auch ein witziger typ der sehr gut tanzen kann und ich bin samba boy genau samba aber auch wenn sich das ja nicht hauptsächlich dazu bezieht genau das bezog sich ja auch auf die spielweise aber absolut so ich bin einer der entspannt ist und wenn die richtige musik läuft dann tanze ich auch wenn ich weiß obwohl ich weiß ich kann das nicht mache ich sehr gerne und für mich ist das kein problem auch da muss ich auch so vor spielern habe ich dann auch respekt und halte dann abstand wo ich weiß diesen fokus so christian ab in einem bestimmten moment sehe ich ihnen das an so dass er okay jetzt ist er inne so der betet hat die augen zu und konzentriert sich behindert und ich bin dann also ich finde sorry dass ich es so sage aber also er ist dann voll drin im fokus so sage ich 15 minuten vorm spiel oder so oder 20 und ich bin dann so in der kabine noch ich könnte noch quatsch machen oder so und dann weiß ich okay den lasse ich aber jetzt in ruhe weil er seine zeit braucht jetzt und dann fängt es für mich halt auch irgendwann an so aber ich bin entspannt so also ich bin cool bis ich dann bis die pfeife dann ertönt dann aber das ist ja auch eigentlich eine positive eigenschaft also vor allem sofern wie du es ja meintest du du beeinträchtigst ja niemanden damit in seinen vor vor dem spiel den ritualen oder so dass du sagen kannst ich bin wirklich bis anpfiff total entspannt weil das hilft dir auch wahrscheinlich gut zu performen also was bringt es einem wenn man sich anderthalb stunden vorher schon so verkrampft ja ist natürlich was gutes für dich also also aber irgendwie auch lustig ja es ist was besonderes ich würde behaupten dass das nicht so viele ja so genauso pflegen ja jeder also jeder wie er will so ne also jetzt muss auch natürlich in der kabine so die stimmung und die atmosphäre sein dass überhaupt so entspannt sein kannst weil viele trainer dann auch eher sagen okay ist nicht cool bei allen trainern so für mich weiß ich hatte das die atmosphäre war super ich war auch tatsächlich so bei dort recht vor allem weiß ich so der führungsspieler sogar ich war einer der viel zu sagen hatte der auch ich wollte das erstens auch weil viele junge spieler waren und es gehört sich dann auch meiner position in auch die führung zu übernehmen und trotzdem war ich auch der entspannte typ so wo ich gesagt habe jungs alles cool wir machen das heute so das vielleicht auch noch wichtig zu sagen also erst mal vielen vielen dank für die insides und auch die ehrlichkeit welche position spielst du ich glaube wir haben das bisher noch gar nicht für die zuhörer ausgeführt ausgeführt nehmen uns noch ganz kurz mit ich spiele im zentrum hauptsächlich nicht hauptsächlich spiel im zentrum 6 8 10 hauptsächlich 6 und 8 10 ist ein bisschen zu offensiv würde ich sagen aber kann ich auch habe ich auch gespielt aber ich würde sagen ich spiele so meine lieblingsposition 8 so box du box aber viele spiele habe ich auch jetzt bei dort reich vor allem habe ich auf der sechs gespielt so war das immer schon so oder hast du früher auch mal andere positionen plötzlich rechtsverteidiger sturm nee also schon nee tatsächlich nur nur mittelfeld also auf der sechs meistens 18 also außer ja witzig bei der nationalmannschaft als ich da war wurde ich als rechtsverteidiger eingesetzt und deswegen wurde ich glaube ich auch nie wieder eingeladen weil ich dann der rechtsverteidiger war weil es nicht meine position war so ganz einfach und die wollten das testen war nicht so gut hat mich auch einfach nicht wohl gefühlt war denn so aber sonst habe ich mein leben lang immer auf der 6 8 10 gespielt gibst du gibst du dem trainer an dem tag noch die schuld dass du da rechtsverteidiger spielen und trainieren muss ja ich war erstens überhaupt glücklich da gewesen zu sein also dass die mich eingeladen haben war schon riesen erfolg ich hätte gerne auf der 6 8 10 gespielt weil ich da einfach meine qualitäten habe und da hätte ich eventuell meine qualitäten mehr zeigen können halt als auf der rechtsverteidiger position und ja deshalb fand ich es also jetzt im nachhinein ist es schade aber das hat mich ja jetzt von meiner karriere irgendwie nicht abgeleitet oder so da hat das jetzt verhindert dass ich kein profi geworden bin oder so ich habe jetzt die tür ging dann zu so aber dafür gehen immer andere wege im leben also andere türen im leben auf so und deswegen ich war jetzt nicht übertrieben traurig aber ich hätte mich gerne auf der 6 8 gezeigt so aber weißt du noch oder erinnerst du dich noch wie es überhaupt dazu kam also meinte der trainer einfach random du gehst jetzt auf rechtsverteidiger oder gab es wirklich eigentlich ein grund dahinter ne wir hatten sehr so in unserem jahrgang hatten wir sehr viele zentrumspieler so sehr sehr viele zentrumspieler weshalb er denn halt einen halt mal auf rechtsverteidiger probieren wollte und das war ich dann in dem in dem fall und es gibt ja bis heute immer noch so fälle oder beispiele die so zum beispiel kimmich der spiel 6 kann aber auch rechtsverteidiger so und vielleicht hat er sich das irgendwie so vorgestellt oder so aber das ging dann in die hose aber also er sie in der neue kimmich sozusagen würde ich nicht so unterschreiben also weil ich nicht so ein allrounder bin wie er der der auch in der in verteidigung zuspielt ich würde wirklich sagen ich bin ich kann im zentrum alles spielen aber dann wirklich nur die 6 8 und 10 ich hatte jetzt gerade noch einen kleinen einwand von unserem fotografen hier mitbekommen er meinte türkischer kimmich sozusagen ja wie gesagt er nicht so ich habe viele spieler mit denen ich mich sehr gerne identifiziere oder die ich so als vorbild habe aber kimmich ist da eigentlich kein spieler von so was wer gehört so zu den spielern vielleicht auch der der dich geprägt hätte deiner jugend und woran du dir heute immer noch mal was abschauen kannst also wenn ich so zwei nennen müsste würde ich tatsächlich anderes in jester sagen und buscats die beiden sind nicht so auch sechs und acht so wenn ich sechser bin dann gucke ich mehr auf buscats wenn ich acht spiele dann eher auf in jester das sind halt zwei spieler die halt jahrelang auf top 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 weltklasse niveau gespielt haben und ja das waren immer meine vorbilder ich habe so vor spielern oder so wenn ich mir highlights videos angeguckt habe habe ich das meistens von denen gemacht und ja die mit denen das sind so meine vorbilder schon immer gewesen und also das sind ja unglaubliche spieler und ich glaube damit habe ich nicht so viel falsch gemacht ich glaube spieler die auf der acht oder zehn oder sechs gespielt haben würden jetzt auch ganz ganz oft buscats oder in jester sagen absolut die haben ja auch eine ganze generation so ein bisschen geprägt lass uns noch mal versuchen den bogen zurück zu spannen du warst dann bei seinem pauli profi geworden hast da deine ersten spiele gemacht wie ging deine reise weiter ja ich habe meine ersten spiele gemacht dann wurde irgendwann der trainer gefeuert der sportdirektor war auch weg und dann kam komplett neues umfeld ne neuer sportdirektor neuer trainer und das hieß dann so ich muss mich neu beweisen was für mich kein problem war ich so ich weiß was ich kann ich habe ich weiß dass ich ich habe das bewiesen vor bevor er kam bevor die kam und ich weiß bis heute was ich kann und was mein potenzial ist und ich vertraue mir da auch selber aber in dem fall war das so dass sie nicht so ein fan von mir waren was auch komplett okay ist so im fußball kannst du nicht so jeden trainer gefallen das sind wieder so die die befürworter von genau 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 und das waren nicht so meine befürworter weshalb ich irgendwann gesagt habe okay das macht keinen sinn ich muss jetzt einen neuen weg einschlagen auch wenn ich sage san pauli für mich ein herzensverein bis heute so san pauli wird immer ein teil von meinem leben bleiben auch weil der verein einfach unglaublich ist und die menschen die da sind bis heute und waren mit denen werde ich auch immer kontakt haben versuchen auch kontakt zu haben und es wird immer ein teil meines lebens bleiben so und dann habe ich die lai eingeschlagen auch witzig wieder zurück zu meinem jugendverein vfb lübeck weil die damals in die dritte liga aufgestiegen sind war das dann die laihe zum sommer oder zum sommer ja ich habe dann die vorbereitung ganz normal mitgemacht und dann habe ich mich tatsächlich so am ende dann dafür entschieden dann die laihe zu machen war das etwas besonderes für dich kanntest du noch ein paar gesichter beim vfb oder war das allgemein einfach nur das ist meine heimatstadt und ich würde mich freuen wenn ich da wieder spielen darf ja also ich komplett neu also ich kannte kaum jemanden so aber für mich war so der hauptgrund dass das mein dass das mein jugendverein ist und dass ich denen helfen wollte in der liga zu bleiben auch wenn das vielleicht nicht der beste schritt war beziehungsweise es bessere vereine gibt als der vfb lübeck so in der dritten liga weil die kam hoch und dann ist es immer schwierig für einen neu aufsteiger in der liga zu bleiben aber es war ein super jahr persönlich gesehen wir sind am ende abgestiegen was mega kacke ist so dann ist mir eigentlich am ende auch egal ob das für mich selber ein gutes jahr war insgesamt hast du halt die mission nicht erfüllt so du bist abgestiegen was sehr sehr traurig ist und was niemand gerne in der vite hat und so war das jahr dann halt auch vorbei du hattest du hast erzählt es war ein gutes jahr für dich inwiefern war es ein gutes jahr ja ich habe 30 spiele gemacht von 34 möglichen spielen und hat dann zehn scorer punkte gehabt glaube ich und für den sechster achter ist das glaube ich ganz okay gewesen gute zahlen auf jeden fall auf jeden fall und deswegen kam ich auch so hatten wir also war cool also ich hatte dann eine neue so neues selbstbewusstsein so ist okay du bist gut du kannst das und dann bin ich halt zurück zusammen pauli oder beziehungsweise dann war halt im gespräch sam pauli bleiben oder doch einen neuen schritt oder nochmal neue herausforderungen wählen und dann hatte ich halt angebote auch also beziehungsweise ich wusste nicht so recht was ich machen soll so soll ich in deutschland bleiben dritte liga wäre bestimmt möglich gewesen nochmal weil ich ein gutes jahr gespielt habe oder versuche ich halt mal was besonderes oder was was nicht so was nicht so üblich ist und dann halt kam das angebot von antalias bei meinem jahr ziehen verein wie kam es grundsätzlich zustande dass du dass du dann in die türkei ist ja auch irgendwie ein lustiger zufall oder ja würde ich gar nicht so sagen weil die türken wenn ich das so sagen kann die türken die gucken sehr viele talente aus europa an die gerade türkischstämmig sind und bei mir ist das ja so meine eltern sind türkisch deswegen hatte ich auch schon vor bevor ich überhaupt profi war und so angebote immer aus der türkei und dann hatte ich zu dem zeitpunkt hatte ich dann gesagt okay ich könnte es mir wirklich vorstellen und dann ging die verhandlungen so los und dann hat das gepasst mit antalias bei und dann wollte ich einfach diesen weg mal einschlagen und das versuchen so wenn es jetzt habe ich ein jahr wie gesagt ein halbes jahr war ich da jetzt und es lief jetzt sportlich nicht so wie es mir vorstellt aber ich habe unfassbare menschen kennengelernt die mit denen ich bis heute noch gut bin unfassbare spieler die auf weltklassen niveau gespielt haben und ja ich bereue es auch welche spieler so die die da auch echt aussage außergewöhnlich waren welche waren das tatsächlich also der allergrößte war halt nur risah hin so der bei real madrid gespielt dortmund liverpool also das ist schon weltstar würde ich sagen das war so der aller top top wie war das für dich als du dann da beispielsweise in die kabine kamst hattest du erstmal immensen respekt oder war das für dich am ende des tages sind es auch alles nur fußballer also nur ich schein ein sehr und also sehr sehr lieber mensch sehr sehr netter mensch ich wurde dann abgeholt vom verein so war so war das irgendein team manager oder so hat mich dann vom flughafen abgeholt und dann hat er einen anruf zufälligerweise von nur ich schein bekommen dann haben die im telefon halt über lautsprecher telefoniert und dann hat er gesagt ja außerdem haben wir hier einen neuen spieler und das war so dann mein erster kontakt nach einer halben stunde in antalja habe ich direkt dann mit ihm erstmal gesprochen für mich war das so ich rede gerade mit nur ich schein das ist schon sehr sehr krass aber war dann übertrieben lieb und nett meinte hat mir direkt seine hilfe angeboten und ja das war so mein erster kontakt mit ihm da sind natürlich auch andere viele spieler so die schon weiß ich nicht europa gespielt haben aber die jetzt nicht so bekannt sind wie wie nur ich schein da ist jetzt der eine ist der andere wäre jetzt andrea poli ich weiß nicht ob der name dir was sagt er hat aber bei ganz lange bei inter mailland ac mailland gespielt ganz viele champions league spiele und so auch auf meiner position tatsächlich und das ist natürlich dann auch nicht einfach dagegen solche jungen zu performen absolut nicht aber man hat sehr viel gelernt man hat sehr sehr viel gelernt in der kurzen zeit witzigerweise wurde dann nur ich schein in der saison nach weiß nicht 10 15 spielenden auch trainer spieler trainer stürm das war ja die sache wo du es jetzt gerade erwähnt ist ja habe ich gelesen ja und sein wunsch sein traum war ja immer trainer werden und dann war halt die möglichkeit da dann wurde auf einmal unser trainer vom spieler zum trainer und der war dann auch wirklich nur trainer ist ja jetzt so spieler trainer wurde es genannt aber er war eigentlich nur trainer und ja und dann war das halt nochmal komplett was anderes so ne da war dein mitspieler und jetzt auf einmal dein trainer aber trotzdem du hast sehr sehr viele neue leute wieder kennengelernt weil er dann sein eigenes team zusammengebildet hat dann hat er viele zwei drei co-trainer dazu geholt einen fitnesstrainer die man dann neu kennengelernt habe und dann war das training auch nochmal komplett anders das war dann nicht mehr so die türkische schule dann war das halt wirklich europa so und der hat unter trainern gespielt wie mourinho wie klopp tuchel hatte ja alle konnte sich einiges abschauen absolut und der hat uns das versucht auch alles weiter zu geben und diesem halben jahr jetzt auch wenn das sportlich nicht so gut war also ich habe nicht so viele spiele gespielt ich habe glaube ich zwei drei spiele jetzt pflichtspiele für die gespielt habe ich sehr sehr viel dazu gelernt weil er uns diesen input mitgegeben hat und das waren dann kleinigkeiten aber die dann im nachhinein echt ein sehr weiter geholfen haben und ich werde das auch nicht bereuen jetzt klar sportlich war es jetzt nicht das beste was ich was ich machen hätte können so aber ich habe in dem halben jahr schönes leben erstens gab so in antalya ist glaube ich cool cooles wetter absolut aber sportlich gesehen habe ich auch viel gelernt auch wenn es nicht so gut war dass ich ich habe nicht viel gespielt aber ich habe viel gelernt es war sehr sehr krass bis heute weiß ich das auch zu schätzen so was ich da gelernt habe und ja das war mein leben nee noch nicht ganz noch nicht ganz die laie genau dann gab es auch im winter die laie genau du hattest noch corona wie hat dich das beeinträchtigt oder hattest du da gar keine ne es war so dass ich über silvester hatten wir dann paar tage frei und dann sind wir wenn ich mit meiner freundin meiner familie nach istanbul geflogen haben dann da silvester und halt so die zwei drei tage pause genossen und dann sind wir halt zurück wurden dann krank und dann haben uns testen lassen waren dann positiv aber es war jetzt nur zwei drei tage so das hat mich jetzt nicht nicht zurückgeworfen oder so und dann ging es aber auch ratzfatz so dann hat man sich zusammengesetzt hat gesagt lohnt sich das so du musst spielen und hier wirst du nicht auf deine minuten kommen so und dann war das angebot halt mit dort recht worüber wir schon geredet haben und dann hat man das gemacht und dann habe ich da jetzt meine 16 17 spiele gemacht in der rückrunde und jetzt muss man halt schauen so in amt ja vielleicht ich kreide schon mal kurz rein weil wir auf jeden fall gleich noch mal kurz in die zukunft schauen werden was würdest du behaupten war so entweder dein eines oder deine highlights deiner bisherigen karriere wir haben ja vorhin angerissen vielleicht auch derby gegen hsv was würdest du sagen was ist dieses eine oder kannst auch gerne mehrere nennen was sind die highlights ja also ich würde jetzt so drei sachen nennen so die jetzt in meinem kopf auch geblieben sind das erste wäre natürlich so derby im volksparkstadion mit sam pauli gegen hsv wo ich dann die letzten zehn 15 minuten reinkam ausverkauft 57.000 ausverkauft 57.000 ist schon sehr sehr krasses gefühl gewesen im derby zu spielen also als du eingewechselt wurdest wurde so ausgepfiffen nee weiß ich gar nicht also da würde ich sagen da habe ich wirklich gar nicht darauf geachtet so also da war ich wirklich so gerade ich komme gerade im derby rein vor 57.000 das war schon sehr krass das war so mein highlight wir haben glaube ich 1 1 gespielt und das war ein krasses gefühl also das war schon mit mein highlight was ich auf gar keinen fall irgendwie vergessen werde das wird immer immer in meinem kopf bleiben und die zweite sache würde ich jetzt sagen die 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 saison in lübeck wo ich dann wirklich eine gute drittiger saison habe hatte das hat mir sehr spaß gemacht auch wenn wir am ende leider abgestiegen sind was blöd ist aber trotzdem war das echt eine coole erfahrung coole sache wo ich dann auch wirklich 30 spiele gemacht habe so eine komplette saison im profibereich gespielt habe das war cool tut wahrscheinlich der psyche auch verdammt gut ist diese ganze irgendwie so ein bisschen dass das momentum aufzubauen ja absolut ja auf jeden fall und das war echt ein cooles jahr und halt die sache worüber wir gerade geredet haben so mit antaglia und die welt stars kennenlernen und mit von denen so viel lernen einfach das war unglaublich also das würde ich auch sagen auch wenn das sag ich es noch mal sportlich nicht so erfolgreich war für mich war das menschlich auch menschlich und vom input her geist krank was ich da gelernt habe in dem halben jahr auf jeden fall mega richtig richtig cool wir gehen langsam aufs ende zu ich würde ich hätte noch bock von dir eine top drei zu hören vielleicht kannst du uns da ganz kurz mal eine top drei besten mitspieler geben natürlich du hast jetzt auch mit nur die schein eingehabt aber da hat es so ich würde behaupten da hattest du auch ein paar mit dem du da noch ein paar ein paar bessere beziehungen hattest nimm uns mal mit was waren deiner meinung deine top drei mitspieler da müsste ich kurz überlegen kein problem nimm dir kurz die zeit also ich kann ja laut denken genau denkt ruhig laut also ich habe ich habe bei san pauli sehr starke spieler mitgehabt sei es jetzt alex meyer er auch in der zeit da war auch fast oder ist eine legende genau sami alawi hertha bsc ist auch ein top spieler gewesen auch spannend der war dann zum schluss nur noch bei san pauli oder war dann ja ich glaube schon ich glaube schon dann habe ich jerry jeremy dudziak gehabt ja dann später auch bei beim hsv genau aber ein geist kranker spieler so das wären die wo ich sage san pauli sehr sehr gute spieler dann hätte habe ich bei bei lübeck waren auch gute spieler aber ich glaube das ist jetzt noch mal ein anderes niveau gewesen dann würde ich jetzt an teil ja gehen wo ich halt nur schein poli da war einer auch ein sechster zehner freddy heißt er auch ein super spieler gewesen der jetzt gar nicht so bekannt ist sage ich mal bei der türkale schon so freddy heißt er der ist super gewesen auch menschlich überragender typ und bei dort recht halt unser christian containe der also von dem ich sehr sehr viel halte sehr sehr guter junger auch aber auch fußballer ist einfach crazy typ absolut also auch eine krasse spielart also ja also verrückt nicht am fuß ja verrückt also würde ich sagen tatsächlich würde ich glaube ich auf platz drei denke ich würde ich den alex meyer nehmen weil das einfach eine legende ist so den also auch wenn das jetzt nicht so der überragende fußballer ist oder so so er ist aber halt macht die dinge rein und er hat eine ausstrahlung unglaublich nummer zwei würde ich hat wie am fernole becker vergessen stimmt das ist auch ein super fußballer bei dem geht es ja jetzt überhaupt auch noch mal richtig genau jetzt geht es los bei ihm aber trotzdem würde ich glaube ich eher den jeremy dutz hier auf platz zwei nehmen und auf platz eins glaube ich ganz klar das ist unser christian conte das ist unangefochten ja oder hast du was anderes gedacht hättest du gedacht ich sage was anderes alles gut ich habe entweder habe ich mit christian gerechnet oder du sagst jetzt noch vielleicht scheinen aber ja 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 also den hatten wir auch das habe ich ja das habe ich auch total aber ich finde es viel viel charmanter dass du sagen also ich fühle mich da auch echt nicht gezwungen dass du sagen es ist meine ehrliche meinung da gucken mich manche vielleicht auch dumm an oder so aber für mich ist christian außergewöhnlicher spieler der wenn er verletzungs frei bleibt der unglaublich ist und der wirklich nach oben alles erreichen kann meiner meinung nach weil er einfach dieses gewisse etwas hat und ich hoffe einfach in zukunft das auch weiterhin fit bleibt das hat er jetzt das letzte halbe jahr bewiesen und dann glaube ich jetzt noch ganz ganz steil bergauf ihn ja wir wünschen auf jeden fall dann nur das beste dir natürlich auch was die zukunft ergeben wird du hast wahrscheinlich heute jetzt noch keine sneak peeks wo es hingehen wird gibt es sachen die dich noch irgendwie besonders reizen also wahrscheinlich du wirst ja sowieso erst mal in antalias bohr die die vorbereitung machen und schauen wie es da läuft ja also ich bin offen für alles ich habe jetzt die letzten jahre auch sehr viel gesehen sehr viel erlebt in meinen jungen jahren war ich in der türkei holland deutschland innerhalb deutschlands gewechselt ich würde jetzt gerne irgendwo hingehen wo ich weiß da spiele ich die nächsten zwei jahre so ein bisschen auch so ähnlich wahrscheinlich vom feeling wieder dieses momentum aufbauen wie in lübeck genau für mich ist es aber tatsächlich nicht wichtig oder beziehungsweise es ist das was mir wichtig ist ist das gesamtpaket es muss einfach passen jetzt natürlich aktuell bin ich offiziell 36er beginnt die vorbereitung in antalya aber im fußball weiß man ja nie da kann es von dem einen tag auf den anderen alles passieren alles sich ändern wir werden sehen und ich glaube ich werde irgendwo jetzt landen ob das jetzt die türkei ist bei antalias oder sonst irgendwo werde ich sein wo es mir auf jeden fall spaß machen wird wo wo ich jetzt auch den nächsten schritt wieder machen will jetzt das halbe jahr war gut aber ich würde gerne wieder meine ganze saison komplett spielen und man wird sehen wo ich dann am ende bin aber ich denke ich werde das richtige machen ich bin auch einer der sehr gerne auf mein bauchgefühl hört und es wird sich schon was cooles ergeben wir sind auf jeden fall gespannt wahrscheinlich wenn die podcast folge rauskommt wissen die hörer schon wo die saison für dich beginnt ob es schon ob es in der türkei bleibt daher seid gespannt vielleicht kriegt ihr dann auch noch mal ein kleines sneak peek video eine kleine grußbotschaft also für alle die uns auf instagram folgen schaut rein genau und jetzt um die folge auch irgendwie zu beenden erstmal vielen vielen dank dass du da warst mega coole insights letzte frage und das ist uns ganz ganz wichtig vor allem für die zuhörer draußen was möchtest du anderen athleten athletinnen draußen noch mitgeben gibt es dort eine message oder was was würdest du sagen bringt der erfolg oder was wird so an werten noch vermitten ich glaube wichtig ist einfach dass man an sich selber glaubt dass man nie an sich selber zweifelt so und wenn man was will dann wird man das erreichen und der wille ist einfach unglaublich wichtig einfach immer 100 prozent gas zu geben immer 100 prozent dran zu bleiben und niemals aufzugeben so dass wir meine message so niemals aufgeben ich denke das ist auch woran jeder halten sollte weil wenn man niemals aufgeglaubig wird man alles erreichen was man sich vornimmt und ja das wäre meine message glaube ich sehr schön dann würde ich sagen zum abschluss du warst heute der gast welche drei person würdest du gerne mal bei uns am mikrofon hören unabhängig jetzt christian war ja schon da ja vielleicht wichtig auch schon für dich wir hatten louis auch schon vor ort genau vielleicht noch mal neben den beiden wen würdest du da noch gerne mal hören den sam schreck ist glaube ich auch ein hamburger junge der sehr interessant ist glaube ich weil da auch einfach in der jugend ein unfassbares talent war glaube ich auch sehr sehr viel zu erzählen hat was glaube ich keiner so richtig gehört hat außer seinem engsten kreis halt den den kann man gerne also das wäre interessant und dann hat man natürlich auch den finn ole becker mit dem ich auch gut befreundet bin er glaube ich bei ihm ging es halt immer steil bergauf sage ich mal obwohl jetzt das letzte halbe jahr weil der sein wechsel fest stand hat er nicht mehr so viel gespielt aber trotzdem glaube ich schüchterner junge würde ich mal sagen aber trotzdem sehr sehr lieb was auch sehr interessant werden kann vielleicht können wir da ein bisschen was raus kitzeln ja absolut absolut denke ich schon die stimmung ist ja hier ganz cool also ich glaube relativ relativ relax ich würde sagen du bist auch relativ gut warm geworden heute ja absolut absolut und dritte person ja wer wer gibt es denn noch es gibt viele spieler die mir jetzt so einfallen aber ich bin so ein bisschen fixiert darauf auf so diese hamburger jungs die interessieren mich so weil ich glaube so aus hamburg denn rauskommen ist schon sehr interessant dann gibt es halt den matz köhler hat so den der mir jetzt so spontan einfällt so der auch bei willem willem twee genau genau und ich glaube das ist auch ein hamburger jung der es geschafft hat und ist auch interessant also der ist der ist auch jetzt mit derrick hat er zusammen gespielt der war ja auch jetzt hier ist auch jetzt ein interessanter spieler der jetzt auch ablösefrei ist und wer weiß wo er hingeht ich glaube das ist auch ganz cool glaube ich mit ihm werden könnte weil es auch einer ist der sehr viel sehr viel zu erzählen hat und auch sehr viel sehr offen ist glaube ich hört sich nach einer guten drei top drei an oder er sehen vielen vielen dank und vielleicht hört man sich irgendwann noch mal wieder auf jeden fall danke dir vielen dank ach ja ganz wichtig fünf sterne auf auf spotify das dürfen wir nicht vergessen das ist key also er sie hat uns auch schon fünf stände gegeben